Hallo, hier ist Peter Schubert von der Firma Isabella K., Ihr überregionaler Einrichter, und ich darf Ihnen heute in unserem Showroom das neue Brühl Mool Medium Sofa präsentieren. Sie sehen es hier in einer großen Zusammenstellung, zwei schöne große Einzelsitze und ein noch größerer Longchair. Ich nehme mal Platz, um Ihnen etwas über die Verwandlungsfunktionen dieses außergewöhnlichen Sofas zu erzählen. Der erste Punkt wäre mal die verstellbare Kopfstütze, die wir hier hinter uns schon angedeutet sehen. Man kann beim Mool Sofa alle Rückenlehnen stufenlos nach hinten verstellen und dann um hinaus noch dieses Seitenteil nach vorne verschieben. Aus dem Seitenteil wird im Handumdrehen ein richtig schöner Liegesessel. Das Ganze geht hier auch stufenlos und Sie sehen, wie schnell man hier seine Lieblingsposition gefunden hat. Am anderen Ende haben wir es mit dem großen Longchair des Mool zu tun. Auch hier natürlich eine stufenlos verstellbare Kopfteillehne und zu aller Überraschung auch dieses Seitenteil kann man verstellen, wenn man hier noch Sitzgelegenheit braucht. Sie können das Mool Medium Sofa bereits in unserem Onlineshop www.isabella-k.com bestellen oder aber auch Ihre Fragen an uns richten und da freuen wir uns auch schon drauf. Danke und Tschüss!